Hallo meine lieben Gnulis und willkommen zum 10. Dezember. Zuerst möchte ich erstmal einen Geburtstagswunsch bzw. alles Gute ausrichten für den lieben Marius Müller-Gomez. Alles Gute für dich und noch ein kleines Anliegen von mir. Und zwar möchte ich einen YouTuber kurz erwähnen, der wirklich sich viel Mühe gibt und seine Sachen wirklich in der tollen Qualität macht. Das ist der liebe Tamuro. Der macht wirklich an Gaming alles, auch Nintendo Games. Unten der Link. Schaut wirklich mal bei ihm vorbei, wenn es euch gefällt. Dann werdet ein Teil von seiner Community, weil ich finde, er hat es wirklich, wirklich verdient. So viel dazu. Dann kommt heute noch ein Video, für das habe ich jetzt ungefähr 10 Stunden gebraucht, um es zu schneiden. Das war wirklich sehr viel Arbeit. Es geht zwar nur 4 bis 5 Minuten, aber es ist wirklich sehr gestört. Ich hoffe, dass mein Internet nicht versagt. Dann sollte es so in 2 bis 3 Stunden hochgeladen sein. Wie gesagt, es ist wirklich sehr gestört. So, dann kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Sache. Ich ziehe wieder Namen und drücke euch die Däumchen wieder mischen, mischen, mischen. Impossible. Und ich ziehe. Tut mir leid, dass das Video heute übrigens so spät rausgekommen ist. Ich habe heute wirklich, bin heute nicht eher nach Hause gekommen. Und der Gewinner ist D, ich buchstabiere es jetzt, D-S-I-R, also CIR, untenstrich P-R-C. Okay, Glückwunsch an dich. Check deine Nachrichten ab. Und was du gewonnen hast, ist ein wunderschöner Gnu-Pulli. Und den darfst du dir natürlich aussuchen. Farbe und Größe, ich schreibe dich an. Ich sage wieder allen Danke für die Teilnahme. Schreibt hier wieder drunter, dass ihr auch wieder für morgen teilnehmen wollt. Ich sage Danke und wir sehen uns in den nächsten Videos. Eure ein bisschen gestresste Gnu-Mama.